Was letzte Folge geschah... Dort ist er! Diamanten! Nein! Schön dich wieder zu sehen! Oh! Oh! Jawoll! Und das ist unser Planungsraum mit Karte von der Rebellion. Oha! Das hier sind TNT-Bomber. Ja. Und davon bauen wir jetzt gleich noch ein paar mehr hier hin. Bist ihr dabei? Ich bin dabei, natürlich, klar. Sehr gut! Ergebt euch doch einfach. Ihr wisst genau, was wir an der Hand halten. Okay, 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 das war's, das war's, das war's. Drachen! Oh, Alter! Chill, 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 chill. Ich finde, wenn, dann sollte Zinus sich dem Drachen nähern. Versucht hier einfach einen Sattel zu schnappen. Nimm einen Sattel und versuch auf den Drachen. Ganz ruhig! Ja, ich kann ihn kontrollieren. Alter! Okay? Er gehört mir. Er macht das, was ich möchte. Okay. Okay, Leute. Okay. Für das Kollektiv! Für das Kollektiv! Für das Kollektiv! Für das Kollektiv auf jeden Fall! Alter, sehr gut! Lächerlich! Damit werden wir sie besiegen! Es ist unglaublich krass! Ich beleide dich so hart, ne? Das glaub ich gar nicht. Unglaublich krass! Freunde! Du bist der Auserwählte! Die werden gleich sehen, ne? Die werden gleich sehen, ne? Die werden ihn auf den Zug sehen. Die werden... Die haben keine Ahnung. Die haben keine Ahnung. So diese lächerliche Mob-Fötter. Hahaha! Die wirkt so lächerlich jetzt nur noch. Ach, ich spring hier runter. Wett! Aber ist das ne gute Idee mitten in der Nacht? Na gut, dann werden sie es vielleicht nicht erwarten, ne? Ja, ja. Ich hab ein Wasser einmal mitgenommen. Ich kann die Lava eben. Ach, wir stimmen da durch. Wir sind das Kollektiv. Wir kommen da durch. Echt mal! Feuere die Jungs! Ja! Aber auch selbst so! Sehr schön! Zinus, komm, komm, komm! So! Oh! Was geht ab? Was geht ab? Oh! 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 x4 Oh! Was annéesr. Oh! Oh! � Oh! 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 Oh ne, meiner ist nicht ausgelöst hier an der Seite. Dann musst du nochmal den hinteren aktivieren. Mach das, komm mal. Die Bomber fahren los, los, schieß also. Ja, ganz vergessen, der wird nicht klappen. Alter Schwede, Alter Schwede. Dann könnt ihr das Feuer an das hintere machen. Oh mein Gott. Guckt euch das an. Okay, lass vorrücken mit den Bombern. Wie kämen wir nach unten? Wo ist ein Wasserfall? Hier in der Ecke ist ein Wasserfall. An der Seite. Hier ist einfach alles kaputt dadurch. Da vorne ist die Mauer, Alter, die wird so zerstört. Ja, voll. Endlich bekommen sie das, was sie verdient haben. Eine schönere Rache gibt es noch gar nicht. Wir zerstören alles bei ihnen. Ja, die haben keine Chance. Na vorne in die Front. Ja, aber ihr nehmt sich hin. Ja? Ja, aber ihr nehmt sich hin. Nice, ich seh's. Ja, ich seh's auch, die Mauer. Oha. Bei mir sind wir uns nicht mal zu lang. Ja, bei mir auch so langsam. Obwohl ich hier schon fast direkt dran stehe. Nice. Es wird einfach alles zerstört. Der ist praktisch dran. Okay. Soll ich reinfliegen? Ja, flieg rein. Flieg rein da oben. Flieg rein in die Mauer. Flieg rein. Okay, ich flieg hier unten. Greif an, ziehen uns. Komm, ihr flieg genau bei uns lang. Nice. Ich bin drin. Ich hab angegriffen. Ich zerstör. Pass auf, dass ihr nicht zur Nationale gekommen, okay? Ja. Alter. Ich flieg rüber. Komm zu uns zurück. Du musst hier nah bei uns sein. Da oben ist der Drache. Wow. Da, wo? Ich stehe, nur ein Schatten, da ist er, da ist er. Pass auf, ihre Fallen auf. Die haben sie entzieht. Ich zerstör den Turm. Oh nein, Feuer, Feuerfeile. Okay, okay, okay. Oh Gott, die waren nicht getroffen. Holy shit, Alter. Alter, er schiebt wieder alles. Egal, wir kriegen sie. Hey, was ist bei denen, was explodiert, ne? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht. Ja, bei denen ist doch eh schon genug zerstört. Okay, komm, 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 komm. Du bist doch schon, ja. Nein, ich flieg hier unten, ich flieg hier unten, ich flieg hier unten, da. Oh, den da vorne, oh, oh, Feuer. Ja. Wir stürmen das Loch, in das Loch. Rein hier, rein hier, kommt rein. Pass auf, ihr müsstest doch kommen. Egal, was passiert, ich hab mich vermerkt. Ja, ja, ich lenke, ja. Ich zerstör den Festung. Macht er. Die Killerhasen sind draußen. Oh nein, tu ihn nicht ziel. Die Killerhasen sind echt stark, die sind echt stark. Wow, 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 ich sehe, ich sehe, ich sehe. Die sind echt stark. Okay, komm mal hier hin. Ich versuche es ja, ich versuche es ja. Wo, echt jetzt? Wir haben ein Loch durch die Mauer gebaut. Okay, ich habe, oh mein Gott. Bist du drin bei denen? Ja, ihr könnt da reinkommen. Oh, hier ist Revi. Oh, oh, ja, zündet, es brennt, es brennt, raus. Örli, ich hab gezündet. Wo ist er? Alter. Örli, oh Gott. Wir haben ein Riesenloch in die Mauer gehauen. Okay, boys. Schnell, ich zünde mir an, ich zünde an. Okay, ich hab Revi gezündet. Örli, pass auf. Da oben ist Revi, ich sehe ihn, die haben den Tag. Geht durch, geht durch, Leute, geht durch. Das haben sie davor, ja. Ich hab das schon bemerkt, dass ich damit ... Oh mein Gott, oh mein Gott. Hier unten, hier unten. Ja, ich hab sie. Oh, sehr schön. Okay, warte, ich muss es kurz ausholen. Hier durch den Turm, kannst du den Turm anvisieren? Na, ich falle in meinen Arsch. Wir müssen hier durch, wir müssen hier durch. Ich bin durch die Mauer. Ich komm wieder. Ich bin durch die Mauer. Ich brenne jetzt sehr in Festungen wieder. Ich bin da mit den T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T. Ja, ich hab dich, Lena, ich hab deinen Rücken, ich hab deinen Rücken. Wir müssen vor Gamers Time aufpassen. Oh Mann, davor ist Basti und Gamers Time wieder. Hör mal, brauchst du dich schießen, ich muss rüber springen. So, jetzt kannst du wieder. Petro, ich bin noch geil, ich bin hinter dir, kann nicht mitverteidigen. Dino, wo bist du? Dino, ich bin oben und speier Feuer. Danke, danke, danke. Ja, das war meine Rettung. Komme. Wow, 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 wow. Alter, was war das denn? Was war das denn von Baloui? Alter, der hat Schockwelle. Totenköpfe. Habt ihr die Totenköpfe gesehen? Ja. Komme, komm mit, lass uns die Feste anzünden. Oh Gott, Petro, Vorsicht. Ja, wir gehen runter, oder? Also, oder darum, ja, können wir auch machen. Ich wollte reingehen und die anzünden. Wo denn? Ja, naja, ins Lager. Die wollen hochfahren, die wollen hochfahren. Lass den anderen helfen, unten. Ja. Der Fahrstuhl scheint der Feste zu sein. Überlebte, Leute, ich hab von oben alles unter Kontrolle. Die klettern hoch, die klettern hoch. Wo seid ihr? Jawohl, Dino, Dino. Ich seh, ich seh die. Was? Was? Nein, 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 Alter, der Drache. Nein, der Drache. Nein, der Drache. Nein, ich glaub es nicht. Alter, der Drache kann nicht sterben. Was habt ihr getan? 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 Wir haben recht. Der Grab ist da. Guckt doch schon eure Basis an. Eben ist das letzte Shirt. Die Mauer hat standgehalten, größtenteils. Der Mauer ist versiegelnd. Der größtenteil. Los, sterb. Lass mich in Ruhe. Was habt ihr getan? Wir haben verloren. Seht es ein. Nein. Niemals. Niemals. Ergibt euch. Was ist los? Was ist los? Alter. Was ist da los? Ich seh nichts. Ich seh nichts mehr. Ich kann mich nicht bewegen. Was seid ihr? Was? Was? Oh Gott. Alter. Was ist los? Was ist los? Shit, shit, shit. Was passiert hier? Alter. Scheiße. Vorsicht. Ihr Narem. Wie konntet ihr es wagen? Wir haben euch gewarnt. Ihr solltet das Ritual nicht ausführen. Jetzt ist einer unserer Brüder tot. Und das nur wegen eures mickrigen Kriegs. Nun werdet ihr spüren, was es heißt, sich die Drachen zum Feind zu machen. Rebellion. Kollektiv. Pah. Wir werden euch alle vernichten. Was? Pass auf. Die greifen schon an. Was? Nein. Wartet, 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 wartet. Stopp. Was? Hört mir zu, hört mir zu. Hört mir zu. Scheiße. Hört mir alle zu. Passt auf. Es hat keinen Sinn mehr gegeneinander zu kämpfen. Wir müssen uns zusammenhalten. Oh, ich auch so gern. Ich das nicht gern mache. Wie soll ich mit dir zusammen kämpfen? Ich weiß nicht. Er hat aber recht. Wir können die Drachen nicht alleine besiegen. Wir haben keine andere Songs, Leute. Schweigt. Aber was? Wir werden alle sterben. Schweigt doch. Wir werden alle sterben. Hört mir zu. Oh mein Gott. Wir sind im Untergang geweiht, wenn wir nicht gemeinsam gegen die Drachencampen. Wir haben sonst keine Möglichkeit zu gewinnen. Ja, aber wie wir somit denn nichts machen? Ich hab ne Idee. Baloui. Baloui. Was denn? Leute. Hat einer den Beaken, den wir damals hatten? Hat der noch jemand? Ich hab den dabei. Ich hab den dabei. Ich hab den dabei. Hier. Ah, du hast den bekommen. Okay. Das tut's. Bleib weg! Bleib weg! Geht weg von Baloui! 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 Oh mein Gott! Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der Drache kommt zurück! Gemeinsam können wir das überleben. Gemeinsam schaffen wir das. Wir müssen weg hier. Wir müssen mal zusammenarbeiten. Oh mein Gott ist weg! Oh mein Gott ist weg! Oh mein Gott ist weg! Oh shit! Für das Kollektiv! Für das Kollektiv! Co- Untertitelung des ZDF, 2020